Hi! So heute eine super Übung um besser mit dem Driver umzugehen. Ich sehe sehr häufig mit dem Driver dieses von Hobbygolfers diese Versuche auf den Ball hochzuschlagen. Jeder weiß ich muss meinen Driver im Aufwärtsbewegung treffen und versuchen das dann mit etwas geschaufelter Bewegung aus der Handgelenk, ein Flick, so eine Chicken Wing hier, Gewicht auf der hinteren Fuß, Rückenlage. Das funktioniert nicht. Ich treffe den Ball fett, durch einen Distanzverlust und so weiter. Ich treffe den Ball im Aufwärtsbewegung weil der Ball einfach weiter vorne ist und mein Oberkörper im Treffmoment leicht nach hinten geneigt ist. Aber dieses Releasen von der Hand, von der Hände, Releasen ist einfach wo die Hände, den Schlägerkopf freigeben. Ich darf nicht hier dieses Flicky Bewegung machen und um eine korrekte Release zu bekommen oder das Gefühl wie das funktionieren soll, einfach die Schlägersolle zwischen zwei Finger hin und her pendeln lassen. Dieses Gefühl ist eigentlich identisch zu dem Gefühl, das ich haben möchte, wenn beide Hände auf die Schläge sind. Hier lasse ich die Schläge nur vertikal pendeln und dann von hier nehme ich die Schläge einfach in meine Hand, normal Griff. Jetzt schwingt sich die Schläge mir um meinen Körper hier herum, wie man sieht. Das gleiche Gefühl wie diese Übung vorher, wo ich die Schläge vertikal pendel, beide Hände. Das gleiche Gefühl wie das hier. Gleiches Gefühl. Da und da. Gleiches Gefühl. Das vermeidet, dass ich anfange, das zu machen, was wir so häufig sehen von Handicap-Golfers. Das Handgelenk fühlt sich zu früh entwinkelt. Ich suche den Ball hoch zu schaufeln. Dann habe ich ein Chicken Wing hier. Nicht gut. Was ich bekomme durch diese Übung ist die korrekte Release von den Handgelenken. Wenn ich das ein bisschen verlangsamen hier komme, ich komme jetzt anders in den Ball hinein und wir sehen erst, wie das Release nach den Treffpunkten kommt. Hier verlängert sich mein linker Armenschläge. A gut Meter, Meter und ein halb nach den Treffpunkten und nicht hier schon. Und ohne so viel denken zu müssen, durch eine kleine Übung, diese kleine Übung hier, langsam vergrößert, bekomme ich das Gefühl, wie ich meine Hände, Handgelenke und den Schlägekopf releasen soll. Okay, ein bisschen schneller. Und wir haben dann einen richtig guten Treffmoment. Es ist also in das Auskürze nach der Treffpunkte. Okay, so, das kann man selber sehr gut trainieren. Daheim vor dem Spiegel. Schaut euch an, wenn ihr das mögt. Versucht ein Gefühl dafür zu bekommen und man trifft einfach die Bälle deutlich besser, viel viel glatter, weiter, bessere Richtung. Es macht einfach Spaß. Okay, so, an die Übung. Viel Spaß damit und wir sehen uns bald. Das ist schon ein paar Mal. Genau.